Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stado Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Asphalt Legends Tonight. Und ich habe eigentlich schon ein Video hierüber gedreht, ich muss jetzt allerdings noch eins drehen, weil ich wollte gerade mein Video schneiden und dann höre ich auf einmal, dass da gar keine Stimme ist. Das heißt, ich habe die ganze Zeit ohne Ton aufgenommen. Meine Güte, ey, ich hoffe jetzt, dass es jetzt funktioniert, weil wenn nicht, dann ist es scheiße, dann werdet ihr wahrscheinlich irgendein anderes Video sehen, aber ich glaube, das geht jetzt. Ich habe aktuell gerade gar keinen Bock, das Video nochmal zu drehen, aber ich drehe es natürlich nochmal, weil ein Video ohne Stimme kann man schlecht hochladen, wisst ihr? So, deswegen drehe ich das jetzt hier nochmal. Sollte aber kein Problem sein. Im Moment bin ich jetzt schon weiter. Also man könnte meinen, ich habe jetzt einfach offscreen einfach schon weitergespielt, was natürlich nicht stimmt. Aber egal, jetzt muss ich natürlich wieder 15 Minuten reininvestieren in dieses Video hier. Eigentlich hätte ich schon mit 15 Minuten Feuer fertig sein können, aber dieses scheiß Mikrofon in derjenigen ist auch. Deswegen muss ich es jetzt nochmal machen. Wie soll ich denn zwei Schockwellen machen, Digga? Einer habe ich. Da freue ich halt nur noch noch. Gut, Aufgabe erledigt. Okay, wir haben die Aufgaben geschafft. Warum leckt die Scheiße denn jetzt so, Junge? Das hat vorhin nicht so geleckt. Na ja, egal. Könnte sein, weil ich mein Schneidprogramm schon offen habe. Leute, wartet mal kurz. Aber bei Schockwellen. Ihr müsst jetzt damit auskommen. Warte mal, ich kann das aber trotzdem kurz schließen. Hier seht ihr gerade mein CapCut. So, ausmachen hier. Okay, perfekt. Jetzt aber weiter. Ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Was sollen wir jetzt machen als Aufgabe? Beende das Rennen. Wow. Wir sind einfach das hier. Beenden. Das Rennen. Ich bin einfach nur auf dem L-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Das war's hatín ich. Okay, okay, okay. 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 Nein, nicht da rumfallen. Okay. Ja, wir haben sie die Gehaktion. weiter ich hoffe dass er jetzt meine stimme aufnimmt das wäre nämlich sonst echt kacke aber sollte er jetzt so weiter 849 hier sollen wir das rim gewinnen natürlich das wird anstehend weil zu 90 grad ein städte rennstrecke ist 90 grad sind jetzt nicht viel könnte werden es wird aber nicht wie schnell die jetzt schon sind eine ohne bus 90 grad ist doch ein bisschen mehr als ich gedacht hätte die 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 Boah, ich warst da gegengeprettert, Alter. Junge, ich reib mir gerade alle weg, Alter. Wir sollen ja das Rennen gewinnen. Ich will jetzt langfahren. Ich glaube, man wurde ja richtig ausgedreckt, Alter. Ich mache jetzt keinen Bus, ich mache ihn nicht. Okay, war geil. War gar nicht mal so schlecht. So, bitte nimm mein Mikrofon jetzt auf. Meine Stimme, meine ich. Das wäre echt kacke, wenn er es nicht aufnehmen würde. Weil mir wird nämlich angezeigt, dass meine Stimme aufgenommen wird. Das wurde mir aber vorhin auch. Und dann wurde sie nicht aufgenommen. Ich denke aber mal schon. So, wir haben eine neue Season freigeschaltet. Bam, Alter. Wenn wir die hier oben, würde ich mal sagen, weil das ist, glaube ich, die, die danach kommt, oder? Ja, guck mal, wir haben ja auch sogar nur so zwei Auswahlmöglichkeiten. Das ist ja interessant. Wir haben sowieso nur noch dieses und dann können wir gar nicht mehr upgraden. Das ist ein bisschen blöd, will ich da mal ganz stark behaupten. Wollen wir mal sehen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was wir für Ziele haben. Ich glaube, wie sollen das denn? Oh, was war das? Was war jetzt die Aufgabe? Ich habe es nicht gesehen. Ja, okay. Wir werden das Rennen war die Aufgabe. Gut. Dann machen wir es halt nochmal. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das. Gewinne das Rennen. Ja, das schaffe ich eh nicht. 30 Grad. Ah, das war das Wenige. Das meinte ich mit dem Weniger. Okay, klar, jetzt. Jetzt müssen wir hier Pronto. Das Ding hat nämlich nur 30 Grad. Gas, 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 Gas. Ja, das war gut, das war gut, das war gut. Das war richtig gut, das war richtig gut. Ja, wir gewinnen, wir gewinnen. Ja, wir haben es gewinnen. Ja, wir haben es gewonnen. Stark. Das ist gut. So, das sollen wir auch gewinnen, stand da gerade. Ja, mal sehen, ob wir es gewinnen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das funktioniert. So, jetzt machen wir hier auch gewinnen. Kurve habe ich richtig schlecht genommen. Boah, das war richtig stark. Das war richtig stark. Da habe ich gerade richtig die gute Zeit, äh, gute Schnelligkeit reingekriegt. Ja, das Ding ist sicher. Bam. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sandow. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.